Hallo, willkommen bei Klaus Grill, feines Grillen BBQ. Heute machen wir eine richtig coole Nummer und zwar machen wir heute geräucherten Knoblauch. Und wie man das macht, zeigt euch gleich. Viel Spaß dabei. Ja, so ein geräucherte Knoblauch ist eigentlich eine französische Spezialität und da wird ja über Wochen meistens über Torf geräuchert, so ein Zöpfchen gebunden. Und ja, Wochen haben wir nicht Zeit, aber wir wollen trotzdem so weit essen und nebte die ganz einfache Variante. Und die machen wir mit einem Pellet Smoker an der Stelle. Man könnte es nur mit einem normalen Smoker machen, aber gut, wir haben jetzt den Pellet Smoker da und der macht einen relativ guten Job. Und ein paar Sachen brauchen wir dafür trotzdem. Und zwar brauchen wir als allererster zu Knoblauch, handelsüblichen. Und für den Pellet Smoker habe ich mich jetzt hier für Hickory Pellets entschieden, weil so ein bisschen so der Eiche so ein bisschen nahe kommt. Und ich denke, das passt sehr, sehr gut zum Knoblauch. Und wie immer, wenn wir grillen und in dem Fall räuchern, scharfe Messer und ein Brett. So, jetzt haben wir unseren Smoker so eingestellt, dass er jetzt langsam Rauch erzeugt. Und zwar für eine Stunde und 20 Minuten unter 82 Grad die Temperatur hält und es wird viel zu tun haben. So blöd wie es sich anhört, ist einfach den Knoblauch hier hinlegen. Also eine Aufgabe, die so ziemlich jeder selber erledigen kann, den Deckel zu schließen und zu warten, dass die Stunde 20 rum ist. Mehr ist es nicht. Ja, Stunde 20 rum, Rasenmäher ist an oder Glocke oder warten noch immer, immer weit laut wird draußen, ist mehr essen fertig. Direkt noch warten an der Stelle, ist es auch fertig. Und da ist unser Knoblauch schön goldgelb geräuchert, wie man sich das vorstellt, so wie man das auch kennt. Und die können Sie im Prinzip schon rausnehmen und jetzt muss man natürlich noch machen, Kosten. Also schön, dass wir haben die jetzt bei so 80 Grad, hier Smoked, das heißt, die sind ja nicht komplett durchgegart, sind aber auf alle Fälle nicht mehr keimfähig. Und dadurch hält sich diese Räucherte Knoblauch noch ein bisschen länger als der normale, weil dadurch treibt er halt nicht aus. Was natürlich neben dem der Halbpacker toll ist, ist der Geschmack. Und dann werden wir gleich mal so ein Stück hier auspacken, warm aus der Knolle. Und sie haben folgt im Kost, muss ich mir eine Frau versprechen, dass sie mich heute trotzdem noch küsst. Versprochen. Versprochen. Ich will anrücken. Ist der jetzt weicher geworden? Ja, der wird dann so richtig glasig, so wie hier. Ja, stimmt, ich sehe es. So sieht der aus, ist er so ein bisschen warm, also der ist, nicht, dass er immer so richtig hitzig gekriegt hat und dann ist er praktisch hoch drin, dann kennt er nicht mehr. Hm, schön. Hat so ein bisschen diese Schärfe verloren, die Knoblauch so hat, also immer noch ganz schlechte Bitzel, aber nicht mehr so brutal. Weil sonst bei ist er so hoher, so wird schlimm. Und dadurch ist er total mild und du kannst ihn beim, beim Würzeln mal verwenden und hast du mal gleich noch so ein, aber ich empfehle nur schön mit, einen schönen Raum, ich mag dran und geht halt in die ganz eigene Richtung. Und ich kann euch bloß raten, wenn ihr das Mocha habt oder ein Räucherofen oder irgendwann mal drauf macht, ich glaube ich mal Knoblauch zählen, tut die darin. Kann ich die, oder? Kann ich die auch im Backofen machen? Ähm, das gibt wohl so Anleitung, wo man die auch im Backofen machen kann, aber du hast halt Rauch in der Wohnung drin. Ich wollte da, dass überall Feuermelder, ähm, ne, würde ich eher nicht machen. Also, alle Anleitung, die es gibt, Rauch in der Wohnung, besser nicht. Ähm, ja, wenig Spaß hat in diesem Video, kann ich euch beraten, wie gesagt, räuchert mal ein bisschen Knoblauch, ähm, ist ganz einfach. Ansonsten folge ich mich über einen Daumen nach oben, überlegen ihn oder anderen Wohlwolle, kommentar oder ich über ein Abo, entweder bei Klaus Gritt oder bei Klaus. Und da bis zum nächsten Mal Klaus Gritt, feines Grin bei YouTube. Macht's gut.